Lübbe Audio Faust von Gustav Fjördemann Es liest Daniela Bette-Koch Welch ein schönes Tier, vollkommen ahnungslos, dass es durch ein Zielfernrohr beobachtet wurde. Dionilla hatte eine freie Schussbahn. Die Voraussetzungen dafür, an ihre erste Trophäe zu kommen, waren perfekt. Der Beweis, dass sie sich ihren Platz in der Jagdgesellschaft verdient hatte. Ein stattlicher Bock, schön und majestätisch, und ihr vollkommen ausgeliefert. Oder eher ihrer Waffe, eine TKT-3, die der Verkäufer in der Waffenhandlung für sie ausgesucht hatte, während sie Interesse für die Unterschiede zwischen den vielen Gewehren geheuchelt hatte. Stutzen, Büchsen, Flinten, Drillinge. Sie hatten alle unterschiedliche Eigenschaften, aber der Zweck war derselbe. Das Töten. Der Geschmack von Kaffee im Mund, anscheinend ein zentraler Teil des Jagderlebnisses. Wie die gegrillte Wurst, Falukorfscheiben, Cabanossi, Rostbratwurst. Die genussvollen Blicke der Jäger, während sie diese beinahe fleischfreien Schlachtreste verschlangen. Waren sie tatsächlich so lecker? Die halbe Wurst verkohlt und die andere Hälfte kalt. Aber das gehörte eben auch dazu. Zur Jagd. Jetzt war sie Teil davon. Ein Leben beenden, am besten mehrere. Jeder Tod war ein Sieg. Warum? Für die Jagdgemeinschaft? Wegen des Adrenalinkicks? Um den Rehbestand zu regulieren, wie man so schön sagte. Ein ziemlich wackeliges Argument. Bekam sie denn nie ein schlechtes Gewissen, diese alten Grünröcke? Sie hatten gegrinst und süffisante Kommentare gemacht, als sie sich zur Jagdausbildung angemeldet hatte. Und jedes Mal das Thema gewechselt, wenn Junilla fragte, ob sie mit auf die Jagd gehen könne. In ihren Häusern waren die Wände bedeckt von Geweihen, die auf Brettchen montiert waren. In ihren Waffenschränken befanden sich Gewehre im Wert von Zehntausenden oder gar Hunderttausenden schwedischer Kronen. Es waren Männer, die erst auflebten, wenn sie die grüne Kleidung und die orangefarbenen Bänder angelegt hatten. Dann waren sie endlich sie selbst. Oder diejenigen, die sie in ihren Träumen waren. Vielleicht war es so wie bei Dragshow-Künstlern, wenn sie endlich die Paillettenkleider anziehen und sich im Scheinwerferlicht präsentieren konnten. Eine Verwandlungsnummer als Protest gegen das, als dass man geboren wurde. Wir sind keine bierbäuchigen Spießbürger, sondern Jäger, Krieger, Todesboten. Das Fortleben des ganzen Stammes hängt allein von uns ab. Und warum hatte sie selbst es getan? Sie hatte sich durch die ganze Jägerprüfung gequält und war mehrere Jagdsaisons als Treiberin unterwegs gewesen, während sie ununterbrochen gequengelt hatte, endlich in die Jagdgemeinschaft aufgenommen zu werden. Wollte sie so ihren Mann besser kennenlernen? Verstehen, warum er die Jagd so sehr liebte? Ein gemeinsames Interesse finden? Oder ging es um Gleichberechtigung? Wollte sie eine der äußerst männerdominierten Festungen des Landes zum Wackeln bringen? Vielleicht. Aber sie hatte überhaupt nichts zum Wackeln gebracht. Sie hatte den Kerlen etwas zum Lachen und zur Belustigung gegeben. Und definitiv ihr Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. Vielleicht war sie sogar peinlich für ihren Mann, aber in diesem Fall verbarg er es unter einer Maske aus wohlwollendem Humor. Er war jedenfalls darauf eingegangen, ihr seinen Platz zu überlassen und stattdessen als Treiber zu gehen, eine freiwillige Herabstufung, die sicherlich Spuren hinterließ, auch wenn sie nur höchst vorübergehend war. Eine Ricke und ein Kitz schlossen sich dem Bock an. Sie hatte gelernt, dass dies die richtigen Begriffe waren. Ricke und Kitz, nicht Rehweibchen und Rehjunges. Hier, wie überall anders auch, waren die richtigen Begriffe entscheidend. Kleine Codes, die zeigten, ob man dazugehörte oder nicht. Ein bisschen wie das richtige Etikett an der Jeans auf dem Schulhof. Man schoss niemals die Ricke zuerst, damit das Kitz nicht mutterlos wurde. Eine absurde Rücksichtnahme bei der Brutalität des Rituals. Wir erschießen zuerst dein Kind, damit es nicht allein ist. Ist das nicht nett? Ganz langsam begann sich ihr Zeigefinger um den Abzug zu krümmen. Der Bock stand genau im Fadenkreuz. Seine letzten Sekunden mit der Familie. Aber so war eben die Natur, redete sie sich ein. Der Mensch war nicht das einzige Tier, das andere Tiere tötete. Allerdings war er das einzige Tier, das es aus der Entfernung und auf diese Weise tun konnte. Distanziert. Unpersönlich. Feige. Der Schuss löste sich. Und die drei hübschen Tiere liefen davon. Waren wie durch Zauberei verschwunden, von der Evolution darauf trainiert, den Ort der Gefahr blitzschnell zu verlassen. Die Kugel landete in einem Baumstamm direkt neben der Stelle, an der der Bock gestanden hatte. Eine Handbreit vom Ziel entfernt. Guter Versuch, sagte Horkan aus der Jagdgruppe tröstlich. Knapp daneben ist auch vorbei, grinste sein Bruder Martin. Junilla machte sich nichts daraus. Sie wollte bei der Jagd dabei sein und sie hatte das Urteil über das Leben des Bocks gefällt. Sie nahm die Kommentare der anderen hin und verspürte kein Bedürfnis, etwas zu erklären oder sich zu entschuldigen. Jetzt sind bestimmt auch alle anderen geflohen, die in der Nähe waren, sagte Horkan. Wir sollten uns ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Sie hat ihn ja nur ganz knapp verfehlt, sagte Martin in einem Versuch zu trösten, der wesentlich mehr schmerzte als ein höhnisches Lachen. Aber wir wollen die Tiere ja auch nicht Weitwund schießen, sagte Horkan. Wie auch immer, du solltest vielleicht noch ein bisschen üben, bevor du das nächste Mal auf Wild anlegst. Mhm, sagte sie, nickte dazu. Sie gingen weiter voran, zuerst die Gebrüder lang und Junilla ein paar Schritte dahinter. Der elegante Horkan mit seiner Blaser R8 und der grünen Jagdkleidung von Mauritz Wietfosch, Martin in seinen alten Klamotten, die er sich vor 20 Jahren beim Ausverkauf besorgt hatte. Er umarmte seine Husqvarna 1900, als wäre sie sein erstgeborenes Kind. Sie folgten dem schmalen Waldweg, der von den tiefen Spuren der Crossmaschinen zerpflügt war. Junilla verstand nicht, wie man die Natur so behandeln konnte. Ganz zu schweigen davon, wie sehr man die Tiere damit störte. Elche, Füchse, Rehe mit ihren Kitzen, brütende Vögel. Der Fichtenwald lichtete sich und sie gelangten auf einen großen, offenen Platz mit Hochspannungsleitungen, Hochsitzen und einem Waldweg. Goldbotten, sagte Horkan, als wüsste Junilla nicht, wie diese Stelle hieß. Auf einem mit Schotter bedeckten Wendekreis stand ein großer SUV, ein Porsche Cayenne älterer Bauart. Die Türen waren geöffnet und zwei großgewachsene Männer zerrten etwas aus dem Auto den bewaldeten Hügel hinauf, hinter dem es zum Mählersee hinunterging. Die Männer waren vollauf mit ihrer Schlepperei beschäftigt, sodass sie die Jäger nicht bemerkt hatten. Als sich das Trio den arbeitenden Männern näherte, bemerkte Martin, dass sie wie Leute aussahen, mit denen er sich nicht anlegen wollte, und entschied sich daher offenbar instinktiv, sie auf eine eher kumpelhafte Art anzusprechen. Die Autokennzeichen waren nicht schwedisch und Martin tat sich generell schwer im Umgang mit Ausländern. Sie waren einfach unberechenbar. Schwer zu deuten, aber er wusste, dass ein Lächeln die meisten kulturellen Missverständnisse überbrücken konnte. Hallo, rief Martin fröhlich, worauf die Männer zusammenzuckten und zu ihm aufsahen. Haben Sie vielleicht ein paar Reher gesehen? Die beiden Männer ließen das Bündel fallen, zogen ihre Pistolen und eröffneten sofort das Feuer. Horkan brach mit einem Schrei zusammen, nachdem er am Bein getroffen worden war, und Martin ließ instinktiv sein Gewehr fallen, drehte sich um und lief. Einer der beiden Männer schoss Martin hinterher, während der andere ein paar Schritte auf den liegenden Horkan zumachte. Der Mann türmte sich vor dem blutenden, jammernden Jäger auf und hob die Waffe. Eine Glock, konstatierte der schockierte Horkan. Verdammt gute Pistole. Doch bevor der Mann abdrücken konnte, knallte es vom Waldrand her und er brach über Horkan zusammen, während sein Blut aus einem Loch in der Stirn spritzte. Der andere Mann hörte den Schuss, sah seinen Begleiter fallen und drehte sich mit gezogener Waffe um. Nur um von einem ähnlich zielsicheren Schuss mitten in die Stirn getroffen zu werden. Kein Laut kam über seine Lippen, als sein Körper zu Boden fiel. Horkan, der bereits sicher gewesen war, dass sein letzter Atemzug bevorstand, schob denjenigen zur Seite, der an seiner Stelle gestorben war, und drehte sich zu seinem Retter um. Er wusste nicht, ob Martin vielleicht zurückgekommen, die Polizei oder irgendwelche finsteren Typen aufgetaucht waren, die hinter den beiden Männern her waren und jetzt möglicherweise die Zeugen aus dem Weg räumen wollten. Aber er sah nur Jonela, Kalles Frau, die langsam ihr rauchendes Gewehr sinken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017